Ich bin ja fast dafür, dass wir jetzt mal hier ins Gefängnis uns teleportieren, um zu schauen, ob wir da die Laptops finden. Und zwar, das war hier. Einfach nur, um zu gucken, ob wir dort die Laptops... Er hat langsam das Gefühl... ...Punk Finale. Aber eins schwöre ich euch. Das wollte ich eben gerade schon gesagt haben. Ich werde diesem Konstantin so gewaltig den Arsch aufreißen, dafür, dass er Jonas töten wollte. Und das mit Jacob... ...habe ich vermutet. Ich habe vermutet, dass er der Prophet ist. Und anscheinend hatte ich mit meiner Vermutung ja auch recht. Und zwar fangen wir jetzt mal von vorne an. Und wie gesagt, ich denke, dass die Laptops hier sein werden, weil ich nirgends woanders bis jetzt welche gesehen habe. Die Shotgun wechseln. Auf die Shotgun. So. Oh, jetzt... Ach. Ach so, Holz ist voll. Medition ist voll. Öl können wir auffüllen. Und eigentlich dürften die Dinger ja auch nicht zu übersehen sein, ne? Fangen wir aber, wie gesagt, von vorne an. So, zehn Stück müssen wir finden. Also, das war ein Laptop. Also, das war ein Laptop. Öl ist voll. Öl ist voll. Ist jetzt natürlich nicht gerade leise. Ist das ein Propaganda-Video. Ist das ein Propaganda-Video? Äh, Dings? Nein. ist voll. Ist voll. Ist voll. Ist voll. so, das ist voll. So, jetzt sind wir hier im Hauptgefängnistrakt, wo wir geflohen sind. Wo sind wir hier? Hier sind wir hier. Hier sind wir... nach oben geklettern. Und sind wir nämlich hier rüber geklettern. Und sind wir nämlich hier rüber geklettern. Warte, die kann man nicht kaputt machen. Da kommt man auch nicht drin, wa? Ne. Geht das jetzt gerade Nacht? Und... Oh, happ! Nein! Ja, doch. So. So, so, so. Nein! So. 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 Das geht nicht kaputt. Oh. Gut, dass wir hier nochmal rein sind. Aber dann nehme ich vielleicht zwei. Aber hier komme ich nicht weg. Oh! So. Mats, nehmen wir auf. Nehmen wir natürlich alles mit. Der Laptop ist kaputt. Hier waren wir schon. So. Der ist auch schon kaputt. Hier ist keiner. Wo ist jetzt der Ankerpunkt gewesen? Habt ihr überhaupt einen Ankerpunkt? Habt ihr überhaupt einen Ankerpunkt? Muss ja, ne? Oh, wo ist er denn? Wo ist er denn? Bin ich denn... Hä? Hä? Bin ich denn hier... Bin ich denn jetzt dumm oder so? Ja, ne? Tippe da drauf. Ach ja, komm. Beweg dich einfach ein bisschen. Ja, Tee. Ja, nee. Hier will ich ja nicht connecten. Du musst ja hier hoch. Wo war denn das? Ach so, nicht. Scheiße. Nein. Oh, oh. Ah. Aber ich weiß, dass wir das letzte Mal oben rum sind. Weil da waren ja die, ähm... Anna und der Konstantin. Konstantin Opel. So, weiter geht's. Ah, mich wird's. Ah, hier ist nix. Genau, hier war das Stromdingens. So. Auch nix. Vier Stück waren's, glaube ich, noch, ne? Eisen. Mitnehmen. Noch mehr Eisen. Mitnehmen. Bomben. Noch mehr Eisen. Uhu. Wir finden wieder Eisen. Es ist gut. Alles klar. Ist voll und wir haben kein... Ach so. Giftpfeiler haben wir noch. Gut. Sehr schön. Kann mal wieder alles vollen. Jetzt können wir neues gebrauchen. Erst noch mal Eisen. Und Pflanzen sind voll. Oh, Laptop, Laptop, Laptop. Kein Laptop. So. Da haben wir noch einen. Oh, da waren's nur noch drei. Und allzu viel haben wir ja jetzt nicht mehr. Wo wir suchen können. Du hast doch die Fotos vom Nienbüro oben gesehen, oder? Die Sowjets werden kaum einfach so den Laden dicht gemacht haben. Klar, aber die Anheimischen können unmöglich so viele Daten abrichten. Genau das werden sich die Sowjets auch gedacht haben. Wie viele von denen haben da drinnen denn überlebens? Ah ja, Frau Croft ist da. Und Eisen. Da waren's nur noch zwei. Das sollten wir hinkriegen. Oh, ist immer noch voll. Da haben wir wieder ein bisschen Eisen. Munition ist voll. Oh, eine noch. Oh, eine gute Idee. Oh, eine gute Idee. Yeah. Herausforderung geschafft. I'm so proud. Das war relativ easy. Ich meine, war jetzt auch zu erwarten, dass sie hier sind. In den anderen beiden Gebieten waren sie ja jetzt nur nicht. Ah, Gott sei Dank. So. Und wenn wir schon hier sind. Die Poster werden wahrscheinlich alle hier sein. Und die Flaggen werden wahrscheinlich alle hier sein. Tipp ich drauf. Ich weiß es nicht. Hier fehlen auch noch zwei Dokumente. Ich fehlen hier noch zwei Dokumente. Und zwei Herausforderungen. Ich gehe hier hin. Ach, Entschuldigung. Weil zumindest die Herausforderung würde ich jetzt ganz gerne noch hier fertig machen. Dass das in diesem Gebiet wenigstens schon mal abgeschlossen ist. Ich würde zwar ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber das würde ich glaube ich echt vorher. Weil ich weiß halt nicht, wie lange das W jetzt noch ist. Deswegen. Jetzt gucken, dass ich noch so viel wie möglich schaffe. Deswegen kümmere ich mich jetzt als erstes um die Flagge. Habe ich hier noch. Baum. Easy. Die Flagge da oben haben wir schon. Kann ich halt bei der Gelegenheit auch nochmal gucken, ob ich noch an Fälle rankomme. Oh, sind sie. Ich kann ja auf Jagd gehen. Frage, von wo kommt ihr? Ihr fehlt euch auch nur im Rudel stark, ne? Nein, so. Bei hierhin verpieseln die sich ja immer. Geht da doch was leuchten. Ah, dann halt nicht. Dann halt nicht. Ich werde jetzt mal da hochklettern und mal gucken. Einmal noch irgendwelche, irgendwo irgendwelche Flaggen aus der Ferne sehen. Da drüben ist ein Camp. Da drüben ist ein Camp. Ach. So. So. Die Flagge habe ich schon. Ich hoffe nur nicht, dass die Flaggen im Anfangsgebiet auch mit sind. Da habe ich ehrlich gesagt, Holz ist auch voll. Öl können wir nachfüllen. Das ist auch voll. Die Monolith habe ich schon. Ups, da hat es kurz geleckt. Oh, das Grab haben wir. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob hier jetzt noch Bösewichte sind oder nicht. Sie sind noch da. Sie sind noch da.